hallo und herzlich willkommen bei unseren gameswelt news fährte zuschauer schön dass ihr da seid ich habe heute mal wieder ein paar nachrichten für euch unter anderem zu bethester da ist das dilemma mit der collectors edition und der tasche tja da scheint jetzt wohl doch eine happy end zu geben dann red dead redemption online bzw red dead redemption 2 online da wurde jetzt gesagt dass an der wirtschaft des spiels gearbeitet wird außerdem karmageddon kommt der jetzt vielleicht wieder mal ein comeback und dann habe ich noch ein bisschen was zur halo tv-serie da gibt es leider einen rückschlag zu verzeichnen this sprawling underground shelter may have been engineered by volttech but it was built by you so that if the bombs do come our way of life will endure der feste hat sich mit fallout 76 kein gefallen getan vor allen dingen auch mit dieser riesengroßen collectors edition wo ja neben diesem helm auch diese stofftasche dabei sein sollte die als ja quasi stofftasche beworben wurde und jetzt ist es dann nur so ein säckle aus nylon das fanden viele leute nicht sehr sehr gut vor allen dingen auch wie bethester darauf reagiert hat erst wurde so gesagt so tja müsst ihr halt mit leben dann wurde gesagt ihr kriegt 500 atoms das ist diese in game währung bei fallout 76 mit der man sich quasi nichts kaufen kann also nicht für 500 davon jetzt hat bethester aber den leuten gesagt beziehungsweise hat gesagt dass falls ihr die collectors edition gekauft habt und ihr wollt da jetzt einen richtigen stoffbeutel haben keine sorge sie sind gerade dabei die ganze herstellung zu finalisieren und alle leute die diese collectors edition haben können sich bis zum 31 januar melden das nachweisen dass sie die edition haben und die kriegen dann einen richtigen stoffbeutel der auch so beworben wurde kriegen sie dann zugeschickt das ist die reaktion dies von hätte dies von anfang an hätte einfach geben müssen beziehungsweise hätte es gar nicht so weit kommen dürfen sondern die stadt schade gleich dabei sein sollen aber besser nachgebessert als gar nichts gemacht red head redemption 2 online ist ja jetzt seit ja ich glaube einer woche oder so online und die beschwerden zur ökonomie des spiels wurden immer lauter es war ja so dass jemand rechnet hat das um einen goldbarren zu kommen muss man ungefähr acht stunden spielen wenn man den nicht gerade irgendwie findet oder so und viele der preise in den läden sind wohl relativ teuer im vergleich dazu was man im spiel für belohnungen bekommt und da gab es einen kleinen aufstand rockstar hat jetzt reagiert und hat über twitter bekannt gegeben dass man sich dem problem bewusst ist dass man an der wirtschaft des spiels arbeiten werde und man aktivitäten lohnender machen werde und die dadurch auch unterhaltsamer sein sollen auch an bugs will man arbeiten was das jetzt genau heißt und wie die wirtschaft dann im spiel aussehen wird das weiß man natürlich nicht aber wie gesagt der aufschrei hat was gebracht mal schauen wie die preise dann in ein paar wochen sind beziehungsweise wenn dann der erste patch da ist karmageddon das war früher ein spiel der kontroverse weil da konnte man mit diesem rennspiel oder in diesem rennspiel konnte man ja fußgänger komplett überfahren und das war damals zu krass für den deutschen index jetzt versucht die serie eventuell ein comeback ich weiß es gab in den letzten jahren schon immer wieder ein karmageddon spiel jetzt hat aber wieder mal thq nordic den geldbeutel aufgemacht die kaufen ja wie gesagt alles was nicht bei drei auf dem baum ist und so jetzt auch die markenrechte an karmageddon mehr weiß man noch nicht das heißt natürlich dass da irgendwas kommen kann aber man weiß noch nichts genau ich würde aber damit rechnen dass da in den nächsten ein bis zwei jahren irgendwas angekündigt wird was in diese richtung geht eigentlich soll ja über showtime in amerika eine halo tv serie kommen doch jetzt hat diese tv serie wieder einen rückschlag erhalten denn der regisseur und executive producer rupert white hat das projekt verlassen warum nun weil es gab probleme bei der produktion und der zeitplan hat sich verschoben nach hinten und das hat wiederum zu zeitplan zeitplan problemen von rupert white geführt weil er auch noch andere projekte am laufen hat und deswegen musste jetzt die halo tv serie aufgeben die soll aber weiterhin noch stattfinden wie vom sender showtime gesagt wird man muss jetzt halt ersatz finden für den guten rupert mal schauen ob das noch was wird oder ob das halt so ein ja videospiel projekt wird von dem man immer mal wieder was hört das dann doch aber nie zustande kommt das war unsere gameswelt news für heute ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche euch einen wunderbaren tag und wir sehen uns natürlich morgen wieder ciao